Die Oma Hat dir das deine Oma nicht beigebracht? Die Sterne, die alle Sonnen sind, so kalt, so weit in der Ferne. Wen willst du haben? Ihn. Sie muss freiwillig kommen. So wie ich kommen musste. So wie du kommen wolltest. Und sie bringt dir die anderen. Holst du die mir? Aber natürlich. Sobald sie eingeschlafen ist. Braves Mädchen. Sternenmädchen. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Halt! Bleibt, wo ihr seid! Was wollt ihr von uns? Moment! Ihr seid gekommen. Das ist die Kette von Leon. Von wem? Und niemand weiß, wo er ist. Doch! Er weiß es! Aber... Ich sag es euch nicht. Es sei denn, ihr spielt gegen uns. Im S6 3D. Was ist? Wenn ihr gegen uns gewinnt, bringe ich euch auf der Stelle zu Leon. Und wenn nicht? Dann erfahrt ihr, was ich von euch will. Dann bleibt der Nacht hier und seid meine Gäste. Ey Darkseid! Wo steckst du? Wir sind bereit! Wir schießen dich direkt in die Hölle! Ich dachte, da sind wir schon längst. Wir spielen 2 gegen 2. Und jeweils ein Torwart. Markus, Düsentrieb, ihr bleibt die ganze Zeit auf dem Feld. Der Rest ist ganz einfach. Sobald das erste Tor gefallen ist, wechseln die Teams. Das heißt, nach spätestens 3 Durchgängen ist die Entscheidung gefallen. Die anderen helfen an den Winden. Sie lassen ihre Mitspieler fliegen. Seid ihr bereit? Gefällt das dir? Jetzt! Wenn die beim nächsten Durchgang gewinnen, dann ist alles aus und vorbei. Glaubst du das auch? Könnte doch sein, dass sich Leon verändert hat. Vielleicht will er nichts mehr von dir. Was habt ihr mit ihm gemacht? Nichts. Ich glaube, es geht los. Lassen wir's frei! Jetzt fassern! Schieß! Das ist nicht fair! Wie macht sie das? Ganz einfach! So! Wir flitzen! Aber wo ist er? Nach vorne am Ball! Oh Gott, kein Chief! Ihr eklige Teufelsblutsauger! Wir nennen uns lieber Schattensucher. Aber habt keine Angst. Ihr werdet alles freiwillig tun. Genauso wie Leon, als er hier war. Was willst du doch wissen? Warum ist er wohl nicht mehr zurückgekommen nach diesem wunderschönen Abend am See? Hey! Das nenn ich Liebe. Die schönste und wunderbarste Gabe der Welt. Bringt sie in ihre Quartiere! Macht sie bereit für das Fest! Erinnerst du dich? Dann laufen wir beide auf Krücken herum und verlieren dabei unsere Zähne. Ihr habt uns belauscht. Das tut mir leid. Es war nur so herzerweichend romantisch. Willst du wirklich, dass du einmal so aussiehst? Oder gefällt dir das vielleicht besser? Oder gefällt dir das vielleicht besser? Was ist? Was habt ihr mit Leon gemacht? Schau dich an! Du bist wie ein Blick in die Sonne, der für die Ewigkeit langt. Spürst du schon, wie sich alles verändert? Spürst du schon, wie sich alles verändert? Riesenhamburger! Chicken Wings! Hot Dogs! Wer gibt's? Pommes! Oder Rauchenmagensalat! Wie geht das das eklig? Hey Klette! Was soll das? Was machst du da? Was schon? Sie lacht! Wisst ihr? Wir sind genauso wie ihr. Wir essen. Und wir trinken. Wir lachen. Und wir weinen. Ach ja? Und warum trinkt ihr dann Blut? Wegen der Ewigkeit, Raban. Und wegen der Liebe. Ein einziger Tropfen von einem Mädchen wie dir lässt mich zehnmal zehn Jahre leben. Auch ausgesetzt, ich liebe sie. Und sie liebt mich auch. Und was ist mit dir? Willst du nicht wieder so angesehen werden? Zehn Monate Suche sind eine so lange Zeit. Vanessa, ich liebe dich. Und ich bitte dich. Werd so wie ich. Willst du das? Ja. Geht es dir gut? Dann warte auf mich. Ich bin gleich wieder da. Kommt mit. Was war? Hier muss irgendwo ein Gehenserschluss sein. Nein. Euch fehlt einfach nur das. Der Schlüssel. Das zählt nicht. Das ist zu einfach. Aber fürchterlich effektiv. Lasst keinen entwischen. Draußen wird es schon hell. Düsentrieb. Los sein. Du hast gesagt, es gibt hier nicht Darkseid. Du darfst hier nicht sein. Das gehört nicht zum Pakt. Dann komm doch her. Komm in die Sonne. Wir werden euch alle erwischen. Sobald es dunkel wird, holen wir euch. Und dann, wenn du aufwachst, werde ich auf dich warten. Hast du Maxi gebissen? Nicht richtig. Er wollte es nicht. Aber du musst dir keine Sorgen machen. Spätestens heute Abend ist der einer von uns. Dann liegt das Kuckucksei ja im Nest. Du solltest jetzt schlafen. Sehnst du dich nicht danach? Möchtest du ihn nicht noch einmal sehen? Den Sonnenaufgang? Wird er dir nicht? Wird er dir nicht? Natürlich. Und wie. Aber das ist ja das Wunderbare, weißt du. Die, die ihn jeden Tag sehen können, die schauen nicht hin. Nein, bitte nicht! Du will nicht Darkseid! Darkseid? Wer fliegt? Der schlägt mit offenen Augen. Oder tut er nur so? Er schlägt. Er schlägt. Er schlägt nicht. Er schlägt. Er schlägt nicht! Versuch's nochmal. Ich kann das nicht. Doch. Du musst es nur wollen. Dann spürst du das Kribbeln. Im ganzen Körper spürst du's. Wir nennen es... Zwielichtflitzen. Hey, das kitzelt. Gut. Dann hol ihn dir! Das ist unmöglich! Diesen Satz gibt es nicht mehr. Auf dich und auf mich. Wir werden das Traumpaar der Ewigkeit sein. Ich schmecke gar nichts. Darkseid, was ist das? Die Ewigkeit. Aber ich schmecke nichts mehr. Aber du erinnerst dich doch. Hier. Hast du vergessen, wie eine Erdbeere schmeckt? Oder ein Kuss? Das ist nichts. Nein. Das ist alles. Das ist die Sehnsucht nachdem, wie es früher mal war. Und diese Sehnsucht, das verspreche ich dir, wird jedes Jahr stärker. Das ist krank. Du bist krank. Ich dachte eigentlich, ich bin unsterblich. Nein. Du bist tot. Und du stirbst leider ein bisschen zu langsam. Tut mir leid, mein Schatz. Du musst dich daran gewöhnen. Das ist der Preis für die Ewigkeit. Und für den Spaß, den du bis gerade eben noch hattest. Jekyll und Hyde, bewacht die beiden. Du beginnst schon zu alternblossen. Deine Augen sind weg. Ruf die anderen. Wir greifen an. Es gibt Futter, Mädels. Futter gegen den Kummer, die Einsamkeit und die Falten. Das ist eine Sonnenkanone. Nein. Das erledigt Blossom für uns. Wenn sie noch länger wartet, dann will Maxi sie nicht mehr. Dann ist sie zu alt. Blossom. Sie wecken das Kuckucksei. Sobald sie ihn beißt, schlagen wir zu. Jetzt. Wacht auf! Sie sind da! Und wir haben eure Kanone. Terry, Mary, Düsentrieb. Er ist der... Verräter! Würde eher sagen... Vampir. Darkseid! Sie sind auf dem Dach! Sie haben die Luke geöffnet! Fesseln sie. Bring sie wieder nach Hause. Und wenn er mich küsst, im strahlenden Licht der aufgehenden Sonne, dann wirst du genauso versteinert wie er. Du bist ein Vampir. Und das ist nur ein Märchen. Eine Kindergeschichte. Tut mir leid, Vanessa. Hast du deshalb alle Figuren zerschlagen? Alle außer Leon. Habe ich recht? Du hast es versucht, aber du konntest es nicht. Seine Liebe war zu stark. Stärker als was? Als du. Dann probiert es doch aus. Wartet bis morgen. Selbst wenn du Leon befreist, sind deine Freunde verloren. Sie sind in unserer Gewalt. Sie werden Vampire und sie werden es bleiben. Sie haben niemanden, der sie erlöst. Dann spielen wir um das Leben der anderen. Schattensucher gegen die Kerle. Und wenn wir gewinnen, lässt du uns gehen. Wenn ihr verliert? Dann bleiben wir hier. Dann bleibe ich hier. Und Leon? Dann kannst du ihn endlich zerschlagen. Dann lege ich meine Beine ins Feuer. Und mein Hals. Das ist ein Wort. Wir treffen uns in der Halle. Weil ich nicht wusste, dass ich sie liebe. Wow. Volltreffer, Blossom. Die Fältchen sind weg. Hey Dracula! Wo tretet ihr an? Wo ist das Tor zur Hölle? Durch das wir euch durchschießen können? Auf der anderen Seite der Stadt. Ihr werdet es finden. Terry, Mary, holt die Kanone. Aber die tötet doch uns. Nun, sie tötet Vampire. Und zwei davon laufen daraus. Was hat Maxi dir versprochen? Nichts? Überhaupt nichts. Nur, dass er bereit ist, für dich und Vanessa zu sterben. Wie bitte? Was? Aber leider ist er schon tot. Genau wie Vanessa. Und es kann auch viel schlimmer werden. Das ist euer Pokal. So sieht es aus, wenn man Märchen wahr werden lässt. Dann wird es jetzt ernst. Willkommen im Höllentor. Deckel und Heid. Sichert den Raum. Die werden ganz bestimmt flitzen. Genau. Ah! Verflixt das Darkseid! Es fehlt nur noch ein Tor. Das war gar nicht so schlecht. Aber wir können fliegen. Krabas, ich seh doch weg! Jetzt! Ja! Darkseid, denn mal zu! Na, wie gefällt dir das Darkseid? Jekyll und Heid. Ich brauch die Kanone. Das ist nicht fair! Vielleicht, aber das gilt nur für drei von euch. Klette, Vanessa, Maxi. Ihr könnt euch entscheiden. Wir sind doch schon tot. Nein, da isst du dich, Maxi. Dreife an! Und jetzt schieß! Du! Los, Darkseid, zeig's ihm. Gib ihnen ihre Belohnung. Aber natürlich, ich halte mein Wort. Vanessa, pass auf. Spürst du die Dunkelheit? Fühlst du, wie gut sie tut? Sie beschützt dich, Vanessa. Doch draußen ist es schon hell. Draußen geht jetzt die Sonne auf. Was ist? Worauf wartest du noch? Wovor hast du Angst? Ich weiß, was ich tue. Bist du dir sicher? Du bist ein Vampir. Du bist längst gestorben. Du fühlst und du schmeckst gar nichts mehr. Es ist lange her. Du warst schon eine Ewigkeit. Und in dir ist viel passiert. Erinnerst du dich? Vanessa! Leon wurde gebissen, als er geschlafen hat. Doch du wolltest es. Du hast mich darum gebeten. Du hast es verlangt. Hey, Darkseid. Wonach sehnt sie dich jetzt? Glaubst du noch immer, dass deine Ewigkeit so wundervoll ist? Komm, wir gehen nach Hause. Komm, wir gehen nach Hause. personne! Tür? Bitte. Bitte. Hier sovitares Carlislement. Covid? Da kann ja... , ebenso sie nicht. fiveях schon auch schon. codelieren sind. Die горsche. Diese Conference hat tramitatienseday. Agent lächst du dich inverse immer? Sie sitzenEL down sehr. Sarah, pass auf! Kann man nochmal anfangen?